Moin liebe Elbkick TV Zuschauer, wir sitzen hier in diesem wunderschönen Konferenzraum zusammen mit Nadel Und wir tippen zusammen den 18. Spieltag der AA01 Alte Herren also, überlegen wir los mit der ersten Partie Harburger SC gegen Wansetal 0 zu 1, Torschütze Mike Breitmaier Die nächste Partie vorwärts Wacker gegen den SV Willemsburg 2 zu 0 für vorwärts, zweimal Memo Ibrahim Vuklu Sehr gut, ein sehr schwieriger Name Kommen wir jetzt zum wichtigsten Spiel dieses Spieltags Und zwar SG Börnsenau-Mühle gegen den SCVM Das wird ein 2 zu 1 für den Börnsenau-Mühle Zweimal wird es sein Schulz Und für den SCVM trifft Menger Kommen wir zur Partie Schwarzenbeek gegen Farm Sentondorf Das wird ein 0 zu 0 Dann also ohne Torschützen Und die letzte Partie des Spieltags, FC Türke gegen Süderelbe Das wird ein 0 zu 2 Einmal Kreibig, einmal Scherz Super, vielen Dank So gute Super, vielen Dank So gute ... .